Servus, grüßt euch, bei uns da wieder auf der Waldstätten im LS22-Spiel. Ja, wie gesagt, heute tun wir Holz verloren und bringen uns zur Fabrik, zur Tischlerei. Ich hoffe, das verlorener Club wird gescheit, weil das ist gar nicht so einfach, aber wir geben unser Bestes. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe Spaß, das ist gar nicht so einfach. Das war so viel Spaß. Da haben wir natürlich den Kleiner dabei, ich hoffe, den Schulz jetzt durch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ob das das Schmutznachstum aufzusehen kann, dass die Komponente auf dem Schmutznachstum gibt. Die Komponente und den Schmutznachstum werden mit dem Schmutznachstum auf die Komponente zerreißen. Die Komponente und der Schmutznachstum haben wir nicht. Dann nähert sich das Eichhörnchen. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Schau, da haben wir den Ohren nachfagringen da. Und dann geht's ab in Trapp. Entweder und eine Bescheidung oder einstürztes, Er ist ab in Trapp und eine Bescheidung. Entschuldigung, Herr Schausch, um dieser Ab in Trapp. Er ist ab in Trapp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da müssen wir schon drauf warten, damit wir den Stroh vorne kriegen. So, dann haben wir meine Tischlerei. Schauen wir mal, wieviel das uns bringt, 4.600 haben wir drin. Das gibt es ja nicht, oder? Es waren gerade 5.000 am Baum. Irgendwas läuft da nicht richtig. Ich hab wirklich gerade 5.000 dazugekriegt, mit zwei Bäumen. Oh, da kann ich ewig Holz machen, bis das da mal was zusammenkommt. Was ist jetzt passiert, jetzt hast du noch mal was dazu, da nicht? Nein. Ich bin noch mal ein Verkaufvertrucker, vielleicht verkauft sie noch was. Oh Mann. Mal probieren. Es wär nicht mehr. Scheiße mit der Scheiße. Ja, nichtsdestotrotz mach ich aber... Da auch nicht recht viel mehr. Gut. Dann lassen wir ihn zur Schüttguthalle rauffahren. Ja, darfst du zur Werkstatt fahren, ist kein Problem. Aber die fahren wir auch noch rein, die Werkstatt. Jetzt weiß ich es nicht, fahr da zu meiner Werkstatt oder zu der da herunten. Oh, die müssen wir noch gleich neu reinfahren, weil... Da wird es nicht das Problem geben. Ei, 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 ei. Schon überall drüber gefahren. Ah, Blitzer war nicht aktiviert. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt kann zwar aber den Kurs da schnell passen rein. Weil der einfach mit den ganzen Meidrescher und so funktioniert der nicht. Ich weiß nicht, warum das den Neuer nicht übernommen hat. Aber ist eh wurscht. Das machen wir jetzt einfach. Schnell. Das machen wir praktisch jetzt da weiter. Mal machen wir das hier. Mal machen wir das gleiche weiter. Und oben einer, nennen wir das Werkstatt, und da muss man wieder auszufangen. Ich schau, ob es er hinhaut. Eigentlich müsste er das jetzt automatisch richten, wenn er da durchfährt. Dann kann es sein, dass er nur bei meiner Werkstatt herricht. Er fährt auf alle Fälle durch. Schauen wir uns das ab, dass es nur bei meiner Werkstatt geht, bei meinen Fahrzeugen. Das kann natürlich auch sein. Aber dann lassen wir noch mehr fahren. Und hier schauen wir dabei weiter. Hier. 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 Zange rücken mögen das Grosma. Ich mache in allen Fällen dann nicht die Grundflotte. Immer viel zu viel durch. Da sind neue Texturen drauf, wie man sieht. Alleinstehender Baumhäusen, den könnten wir auch weggetan. Ich bin weggefahren. Warte mal. Brauchen wir mehr Heu? Ich glaube, ich brauche Heu für die Mischration. Ich bin weggefahren. Ja. So. Arbeitsmuss wechseln. Da sollte man doch weit tausend wissen. Das wollte ich nicht. Neuwergseink, nötig zu glauben. Ausgewählter Arbeitsmuss. String Z. Jetzt schauen wir uns aber das Feuer an, wie der da durchfährt. Und wenn man da her schaut, da sind jede Menge Kurse eingefahren, zu den ganzen Produktionen. Schaut aber das Bier aus. Aber es hat alles seinen Sinn. Ja. Da fahrt jetzt von meiner Fahrzeuge nur zu meiner Werkstatt. Also, ich tue jetzt nichts, wie ihr seht. Macht alles das Auto drauf. Und da müssen wir dann auch automatisch herrichten. Ja. Jawohl. Passt. Und jetzt dreht er noch mal herrunden. Eigentlich, weil der Herr Romer wird schon gut halle. Aber das tun wir jetzt abbrechen. Dann packen wir ihn rein. Ja. Dann war's das für die Folge wieder. Und in der nächsten Folge tun wir dann Grosma. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Lasst ein Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank. Bleibt's geil. Vielen Dank.